. Guten Morgen, guten Abend, herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Die nächsten drei Tage sind wir im Alpstein unterwegs. Wir nennen es jetzt mal Mission Insta. Es ist die zweite Folge von Explore my Switzerland. Wir hoffen, es macht noch etwas auf, denn bis jetzt sieht es noch nicht so gut aus. Es kommt noch. Es kommt sicher noch, ja. Für eine ultimative Shot braucht man natürlich schon etwas Sicht auf die Berge. Und mehr zu viel. Das ist die Aussicht am 11.30 Uhr. Wir haben eine Endung. Wir hoffen, es wird noch besser und wir kriegen unseren Insta-Shot. Die nächste Nacht. Sie sind eingesam. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Eine Riesen-Aussicht. Untertitelung. BR 2018 Made it. Back on top for sunset. Knieschmerz. So, sunset mission ist vorbei. Nicht die besten Shots gegeben heute, aber ob es einen Insta-Shot gegeben hat, sehen wir jetzt. Das wäre es wieder gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen hoch. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.